Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Altstadt. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 3200 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017